Hallo und herzlich willkommen zurück zu Futsu4 Commander. Diesmal nochmal high-checkt, der aber diesmal abschließt bestätigt. So, wollen wir mal sehen, ob vielleicht die Runde hoffentlich auch so schön geklappt hat, ja. Schön klappt wie die vorherige Runde, so wollte ich sagen. So, ich laufe mal hier rum. Wow, der Kollege wollte es mir nachmachen. So, haha, eigentlich kann man ja die Scorestreaks ein bisschen geil aufbauen, indem man halt immer schön hier die Dinger einsammelt. Oh, ich sollte irgendwie irgendwo hin zum... So, da habe ich es jetzt mal gehört, Hunter Killer Dronen nennt sich das ganze Viech. Ah nein, ich wollte eigentlich das da zuerst. Ein bisschen mal die UAV-Heile, die campen da ganz schön. Es kann aber nicht so sein. Oh, und von hinten kommen auch noch welche. Ich habe Angst. Aha, der hat mich... Oh, von oben und von unten und von vorne und von hinten und von rechts und von links. Toll. Schon gewusst, einer kommt von unten, habe ich durch die UAV gesehen und dann kam von oben auch noch einer. So, ein Sack. Das ist schon geil. Also, ich bin eigentlich bei Abschluss bestätigt so ein, so, 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 so ein, so ein, so ein, ähm, Dogtex-Süchtiger, der die ganzen Abzeichen immer einsammelt. Und damit halt auch seine Scorestreaks noch hoch bekommt, ist halt auch richtig geil. Ich bin so ein richtiger, so ein Hunter, wo man die Sachen einsammelt. Zack! Ha, 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 ha. Ich habe mich auch noch so wenig rumgelaufen, gerade den Weg, wo ich gerade gelaufen bin. Ich denke immer so, wo bin ich jetzt? Nein, ich kreide, und da kommst du halt nicht weg, Mann. Mal gucken, ob das diesmal klappt. Na toll, konnte ich nicht mal wegwerfen, das Ding. Ich weiß nicht, ich muss die eigentlich auf einen zielen, aber eigentlich muss ich da einfach nur nach oben. Ah, jetzt geht's mal. Jetzt ist endlich auch mein Killer wischt. Alter, wie ich mit der MP auf Entfernung nicht treffe, aber der hat ja auch eine MP, soweit ich. Ich glaube, das war, glaube ich, auch eine MP. Hallo, gestorben. Dankeschön. Alter, das gibt's nicht. Hallo? Ich träuf dich. Stammt gescheiße. Ja. Komm, 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 komm. So, okay, die sind alle grün. Mit dem Raketenwerfer. Wow. Wow. Richtig geil, Mann. Wer hat's drauf? Na, das gibt's nicht. Der eine Typ, der steht wieder da oben. So, mal eins. Alter. Woher kommt der schon wieder? Ah, durchs Fenster durch. So, ein Sackgesicht. So, Double Kill. Leider nichts. Sack. So, ein Idiot. Aber ich wurde auch gemessert. Haha. Auch mal geil. So, hier, wie aus? Gerade eine oben. Ah, da ist so ein Ding. Da ist so ein Ding. So ein Brutzelding. Na, komm, Mann. Machen wir jetzt die UAV mal rein? Alter, woher hat er mich jetzt schon wieder gesehen und getroffen? Verstehe ich jetzt auch nicht. Alter, was geht ab? Alter, der mit seiner Pumpe immer. Oh, ist der, um der beide Fall mal. Na, was, was, was? Ich hasse die Dinger sowas von. Vor allem die waren so weit weg. Die waren doch sowas von ewig weit weg. Oh, du bist so ein Noob. Du gehst immer hier hin. Du bist so ein Noob. Na, guck mal, der ist schon wieder. Ja, 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 ja. So, jetzt hat er halt irgendwo wieder sein blödes Schwuchtelteil aufgestellt. Aha, nicht getroffen. Bisschen warten. Kommt jetzt gleich wieder raus oder so. Der hat aber gesessen. So, ein Depp. La, 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 la. Zack. Au, die ist nach unten. Hallo? Warum hab ich den, warum hab ich den jetzt nicht getroffen? Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Das hab ich jetzt nicht so ganz verstanden. Und dance. Na, da rennt er mir hinterher. Da rennt er mir hinterher. Oh, das ist ein Geschütz. Alter, das gibt's nicht. Das ist auch so ein bisschen eine Karte. Karte-Position. Hab ich so das Gefühl. Jetzt hab ich ja mal hier links rum. Aber links, da campen sie auch immer genau hier. Okay, diesmal nicht. Laufen mal hier entlang. So, der Typ ist wohl wieder da oben. Eins, zwei, drei. Okay, diesmal nicht. Oder hab ich nur schlecht getroffen? Oh, Hallöchen. Hab ich dich... Irgendwas schwuppert um mich rum? Hilfe! Na, das war ein Auto. Ich hab's doch anderen gehört, ey. Ich hab's doch gehört. Eins, zwei, drei, vier, la 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 la. Okay, ich glaub, hab gar nicht reingetroffen. Oh, Pumpe, echt, ey. Wär so schön in die Birne gegangen. Oh, da hab ich nicht. Hab so das Brutzel-Ding da getroffen. Meins! Ah, verdammt. Das ist ein Kill. Und wie die da oben halt nur rumcampen. No, ah, 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 ah. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Wülf, komm ich hier eigentlich auch hoch? Ja, hier kommt es sogar hoch. Oh, der kommt hier rum, okay. Autsch! Aua! Alter! Was trifft mich da andauernd? Alter, da ist, glaubst du, ein Guardian oder wie das scheiß Ding heißt. Ah, nur trifft mich das Viech da. So, komm raus, komm raus. Au, alter, was? Woher? Ja, der ballert auf den Gegner und trifft mich auch noch. Hallo? Geht's noch behinderter? Ja, genau, trifft halt nicht. Ja, trifft halt nicht. Genau, der macht noch mal einen Double Kill. Jo, genau so macht was. Genauso und nicht anders. What? Nicht in die Granate. Oh, hallo, ich habe ein Kollege. Oh, was geht denn mit dem Jupput da ab, ey? Der räumt hier gerade voll ab. Nein, geht weg. Oh, muss ja dann noch nachladen. So, eine Rotz. So, Jö, wie kann man wieder reinknallen? Laufen wir hier entlang? Ah, warum lade ich nach? Schon gedacht, der hat so viele Kugeln gefressen. Na ja, das war mal gar nichts halt. 30 Punkte. Na ja. So. 24, 24. Jo, geht ja noch. Okay, auch mal komisch. Ich war sogar bester. Okay, von den Punkten her, ich habe halt viel eingesammelt.